Nein, wir spielen nicht Modern Warfare 2. Wir spielen Minecraft mit Merkens, Nils, Kelle und mir. Und die vierte Staffel? Die dritte Staffel. Die zweite Staffel war ja eine kurze Staffel mit Merkens, Nils und mir. Aber die hat Nils aufgenommen, deswegen sind da auch nur so Bruchteile an Folgen angekommen und so abrupt geendet, ohne Ende, einfach so. Hatte dir Davor schon mal Minecraft gemacht? Hatte dir Davor schon mal Minecraft gemacht? Aber nicht aufgenommen, wenn du. So, wollen wir hier... Merkens, Brennt. Hier wollen wir nicht bauen. Hier ist es richtig hässlich. Wie wollen wir das allgemein machen? Wollen wir Kao irgendwie anfangen, äh, zusammen irgendwie eine Hütte bauen oder jeder wieder dann direkt alleine, oder? Ich will ja nicht dafür, dass wir uns in zwei Teams aufteilen, aber mir ist das relativ gut. Äh. Kann ich mal was Neues? Nein, das ist scheiße. Du bist scheiße. Dann kann ich schon drei Erd-Diamann-Hütte-Farmen gehen. Das einfach alle zusammen nebeneinander bauen, dann sieht auch jeder, also sehen die bei Eggi, wie die Fortschritte sind von den jeweiligen Leuten. Bei mir ist es dann die Frage, welche Fortschritte wahrscheinlich. Ja. Kann ja deine Minengänge. Ja. So, wo sind alle hin? Seid ihr denn? Ja, wir müssen etwas zusammenbleiben, weil wir müssen ja jetzt erstmal ne neue, ne richtige Ich wurde verloren, hallo. Und hier ist eigentlich für uns sechs, muss ich sagen. Ich bin, ich bin lost. Oh, lol, Depp Maus und Fälligkeit. Ist doch dein Lieblingsserie. Ja, deswegen. Oh, ich hab hier in Birkenwald gefunden. Ich hab hier in Birkenwald gefunden. Was hast du gefunden? Wir sind hier in Birkenwald. Wir sind hier in Birkenwald. Dann weiß ich glaube ich, wo du bist. Da hinten ist ein Birkenwald. Ja, ich komm gleich. Ey, hör auf! Seit Jahrhunderten hab ich kein Minecraft mehr gespielt, ey. Gito. Ey, Master Builders, Eggi? Ja, gut. Das ist ja kein Minecraft. Das ist ja einfach nur... Aber das ist TTT. Richtig. Ey, hinter dir! Oh, das ist Kelle. Scheiße. Okay. Was war das, Alex? Naja, ist gut. Ja, ja. Ich hab kein Essen. Ich bin gleich tot. Ungefähr. Äh, wieso krieg ich jetzt erst Getting Wood? Oh, das ist doch schon immer so verpackt gewesen, ey. Oh mein, hey. Wo lebst du denn? Ja, weil ich das hauptsache erst... Oh, hier sind Schweine, hier sind Schweine, Jungs. Jo, stell dir ne Workbench direkt vor mir. Eggi, das ist nicht... Das ist... Oh, fuck. Komm her! Arminakoi. Wow, Merkens. Das hast du nicht gesagt, ne? Ich bin gegen solche Schimpfworte hier. Blüm. Alex, du bist raus. Äh, ja, äh, können wir jetzt hier mal irgendwie zusammen irgendwie was finden? Sonst, äh, ist es bald dunkel. Äh, ich bin hier noch... Wo seid denn ihr überhaupt? Ja, wir sind langsam mal weitergelaufen. Wir sind beim Birkenwald. Ja, komm gleich. Läuft was, springt was rum. Ach, das Nase. Ich kann nicht mehr sprinten mittlerweile. Tito. Aber ich bin auf jeden Fall auch in nem Birkenwald. Ach, da hinten seid ihr... Ja, wir sind in nem Birkenwald. Da! Stopp! Stopp! Stehen wir heim! Bist du mit uns? Ja! Ey, das ist ne Workbench. Hier! Ja, das ist ne, meine. Ey, Kja, ich hab was für dich. Hier sind die Wünschen. Da ist ein Kanickel. Ja, ich backel. Lass uns erst mal weiter in die Richtung gehen, oder? Hey! Du Kanickelfell. Alter, jetzt haben wir... Nicht mit dem Pferd, ich bin gleich tot. Ja, du Kanickel. Ein Babyhase! Oh, wie süß. Alex, dreh dich mal um! Nein! Nein! Verstehen! Willst du? Ah, ich will keine Rosen. Qualität. Hast dir grad alle mal gefallen? Nein. Ich bin gleich tot. Ich hab nur noch zwei Essens... anderthalb Essenskollen. Ah, da ist hier denn nur noch Wald, oder was? Ich hab nur noch ein Essensköllchen und dreieinhalb Herzchen. Wollen wir... Ich hab jetzt zweieinhalb verloren. Oder was? Wollen wir... Versteh nix, wenn Kelly die ganze Zeit labert. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul wenn juckt das denn jetzt ja den ab und wegen fleischbraten ich habe aber noch kein lörich was kohle und das sind das sind einige schweine und hühnchen flachland oder oder berge nach überleben oder flachland bei die augenberg in der nähe haben ja hier fängt schon mal ein bisschen hört ich ja wollen wir denn hier ein großartiges konstrukt versuchen zu bauen du brauchst den brücken haust und ich probiere irgendwann mal aus gar nichts ich bin auf einem auf einer hohen street digger 4 4 street da ist dass ich nicht hauen mit dem essen doch sollte mir auch mal zuerst machen entstehen ich komme mit der gewieselt ja wir stellen uns auf diesen berg und dann kann ich auch schon mal hier ein special ich muss meine scheiß maus empfindlichkeit herunter stellen ja 0 das ist noch nicht genug stein oh gott kass 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 da ist leck bei mir irgendwie ist meine kraft wer zum spielen ja ich erfrege so war nur ich gebe das ihr müsst also was essen wenn ihr kurz von fahrern seit na weil ich verhungert und das hört euch irgendwann auf ich hab noch fünf freuen würden wir auch schwer oder was ja 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 auch schon ist auch gut sonst ist ja gar keine ausforderung in der tat so ich bin immer noch den berg koordinaten 67 67 und 391 minus geradeaus zum berg da kann ich mich komplett verarschen ja wir sind hier gerade am essen machen ja okay ich bin oben drauf und ich habe auch immer raus da kommt einer hier joko gegen klaas ja 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 ich habe seine sache aufgerufen der eine ist wahrscheinlich kette das würde ich auch behaupten hier sieht es eigentlich ganz cool aus also ja gleich selbst sehen alles klar er hat ja auch ein finger weg von dem ofen spät sagte er und schon war sein ofen leer so nehmen wir das wieder mit ich bin auch hier bei euch dann weg hier auf geht's meine freunde wo ist ein bisschen wie jetzt in alex was ich gehe immer immer gerade aus immer gerade also ja okay das ist jetzt vielleicht eine dumme ansage nie jetzt hinterher rechts sind berge ne betten 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 ich habe gerade ein paar schafe gefunden bei mir ich habe genug für mich da hinten richtung berge und dann macht das spiel ja ich kann noch nicht so weit gucken doch mal also am auf dem bergseite wir sind über den berg und dann recht wir müssen jetzt ein bergseite da liegt es doch legt euch in groß weil das war der gast bevor die monsters bauen weil sonst machen wir bum bum ne ja ich lieg ich auch